hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ls22 auf der wild west 16 fach und gleichermaßen halli hallo zur nachvertonung hölle ja ich war klug genug den jahr ungefähr ersten drittel teil dieser folge aufzunehmen ohne mikrofon beziehungsweise ich hatte ein mikrofon aber das war gemutet also darf ich ein kleines bisschen nachvertonen so ungefähr sieben minuten ich sage dann aber wenn ich aus der nachvertonung wieder raus gehe ja was ist passiert seit der letzten folge einiges ich habe tatsächlich ein bisschen weiter gespielt um so ein paar sachen abzuschließen unter anderem sehen wir das jetzt ist der big x tatsächlich schon am letzten feld angekommen hat hier noch ein paar wenige letzte streifen abzumähen das hat sehr gut funktioniert muss ich sagen außerordentlich gut funktioniert tatsächlich wir haben so 450.000 liter gras noch mitgenommen und das ist natürlich was was wir nicht wirklich liegen lassen wollen im moment zumindest nicht wenn wir nachher dann dann lohnt das hier alles nicht mehr dann ist das nicht effektiv also zumindest nicht auf dauer aber im moment ja wir haben zwar 139.000 wir sehen auch gleich warum aber im moment fehlt uns einfach auch noch eine ganze menge geld wir brauchen größeren drescher wir brauchen mehr hallen wir brauchen also wir brauchen alles und alles kostet geld ja hier mal ganz kurz ins menü rein und im menü sieht man dann wie gut ausgelastet unser fermenter noch ist der bringt zwar tatsächlich einiges durch ist ja schon auf stufe 2 aber hier liegen dann fast noch mal zwei millionen liter silage die er dadurch bringen muss wir brauchen wirklich unbedingt eine biogas anlage um dann noch mehr rauszuholen aus dem ganzen thema das ist der grund warum wir mehr geld haben wir haben ja den kleinen johnny in der letzten folge noch zu unseren produktionen geschickt brot abgeholt mehl abgeholt 90 prozent davon auf dem anhänger behalten zucker abgeholt und das sind jetzt quasi die ganzen aufräumarbeiten die im april noch zu erledigen sind denn wenn wir das feld abgeerntet und einmal übergestriegelt haben dann können wir auch schon weitergehen in der zeit im mai und im juni wird auch nicht so viel zu tun sein da kümmern wir uns vornehmlich um unsere produktionen das da alles läuft und um unsere tiere und im juli werden wir dann wieder angreifen indem wir unsere beiden großen getreidefelder ernten und dann natürlich stroh wiederholen jede menge für unsere produktion für unseren fermenter ja hier an der stelle habe ich irgendwie sowas gesagt wie hey dann machen wir doch noch mal eben schnell den weg ist ja kein großes ding ja ist schon grausam mir selber dabei zuzugucken ich muss gestehen ich finde hier hat das programm schwächen dass man das nur mit diesem vier gegen klotz machen kann und dass das so komisch also irgendwie da wirklich fein und schön modellieren texturieren ich habe da den heiten respekt vor leuten die das hinkriegen ich kriege das nicht hin klar jetzt hier so ein strich ziehen guckt sich dann weg über die zeit aber so richtig mit viel liebe dann jetzt hier so ein weg gestalten schwierig ja jetzt wird es einen kleinen moment dauern bis ich raffe dass ich da nicht malen kann weil der trecker zu nah dran ist ja geht immer noch nicht ah jetzt doch aha jetzt habe ich es verstanden ja versuche noch ein bisschen mittig zu halten den strich und dann wollte ich ja eigentlich hier bäume weg machen das ist aber gar nicht notwendig die fahrtstrecke geht schnurstracks gerade zwischen den bäumen durch die können also alle bleiben kein problem einmal hier noch so ein bisschen angeglichen da geht ja auch nur in eine richtung also die fährt sich eigentlich nur nach links weg nach rechts weg kann es ja gar nicht weil ich ja den ganzen hof einbahnstraßen mäßig aufgezogen habe beziehungsweise weiterhin aufziehen werde ja diesen mittelstrich und das ist dann das was ich meine mir ist das irgendwie alles zu grobschlechtig das springt so zwischen den mir ist schon klar dass das gründe hat warum das so ist aber also so wie ich es mache sieht es eben sieht es nur so mittelmäßig aus ich mache es jetzt mal trotzdem weil es sich nachher auch so ein kleines bisschen weg guckt und weil es zumindest besser aussieht als wenn da immer einfach über den rasen gefahren wird meine ich könnte mir gerne mal ich sage es mal anders könnte mich gerne mal für rügen in den kommentaren wenn ihr wollt ja so ein bisschen wenigsten ist das hier der versuch diesen weg auf jeden fall mal hin zu bekommen diese rückstrecke die wir hier haben die ist deswegen so wichtig weil sie eben zum teil dann verhindert dass wenn wir sachen hier um umlagern auf dem eigenen hof dass wir da diesen riesigen umweg fahren müssen um den ganzen hof um die felder darunter so mal überlegen ob wir dann irgendwann hinter den hallen vielleicht diesen weg auf hinter die hallen verlegen wenn wir dann irgendwann mal große hallen haben nur mal schauen ja noch ein bisschen gras oben drauf so gut er sehen kann ja es geht schon irgendwie aber wie gesagt ich habe immer das gefühl es guckt sich weg ich gestalte dann auch so ein paar ecken ganz gerne mal so ein bisschen detaillierter bin aber meist nicht zufrieden damit so hier noch ein bisschen da noch ein bisschen ist okay so und dann wollten wir noch ein paar bäume weg machen bei der zuckerfabrik da ist ja insbesondere wo wir die fertigen paletten abliefern haben wir dann entsprechend paar bäume im weg jetzt fällt mir auf dass der sound von den fahrzeugen zu leise ist also mache ich den mal ein bisschen lauter und damit bin ich raus aus der nachvertonung hier habe ich es gerafft und ab hier geht es weiter live tschau tschau so weiter geht es ja das ist hier alles nicht optimal das ist hier alles nicht optimal erst ausklappen sehr gerne auch du mein freund so der rest kann bleiben sehr gut okay also dann einmal zu silo import los geht's so du bist angekommen bei hof fangen wir mal aufzanken äh für elf elf euro hab ich was repariert oder hab ich einen dichtring gekauft oder sowas und dann kann das auch aus sehr gut sehr gut so mit unseren doppelzinken hier richtig richtig gut lange lange keine gefunden jetzt habe ich endlich welche vielen lieben dank nochmal für den tipp so das funktioniert gucken wir mal einmal rum also ja hier sind die baumstümpfe noch das ist alles aus dieser letzten forstaktion hier auch immer so ein bisschen immer irgendwie geguckt also wir sind ja ja ähm also das geht noch richtig lang nach nach da hinten also wahnsinn ich hatte schon mal überlegt ob wir vielleicht dass das dass wir das hier irgendwie mal so einfrieden mit irgend so sound durch den man nicht durchgucken können oder so eine hecke 12.000 für eine hecke ich mach mal für 3000 ich will es ja nochmal testen ja wir kommen ja bis hier das ist so ein bisschen davor ich finde das sieht irgendwie ganz ordentlich aus das ist auch noch alles einzeln irgendwie das kostet bestimmt Frames ohne Ende wa die ist schick die ist richtig schick sie nimmt so ein bisschen dieses ja das mit dem Wasser ich weiß wie es gemeint ist aber mir gefällt es irgendwie nicht dafür müssen wir viel reicher werden viel reicher so das Ding ist wieder fast voll also wir fahren das jetzt noch einmal weg dann haben wir das erledigt jetzt haben wir gerade die Zeit beim nächsten Mal ärgern wir uns wieder wenn es dann voll läuft dann können wir den Rest hier nochmal aufladen Arbeit beendet sehr gut dann stellen wir erstmal irgendwas ein und zuhof parken das haben wir erledigt das nicht das müssen wir gleich machen ja jetzt sieht man erstmal was das hier für eine riesige Fläche ist eigentlich ist nicht besonders breit aber dafür sehr lang einfach auch 400.000 Liter Gras die wir hier mitgenommen haben das ist schon ist schon wichtig und die anderen beiden schicken wir dann gleich zurück striegeln einmal drüber und dann ist der April erledigt vielleicht sollte man damit anfangen macht vielleicht Sinn und los geht's dann können wir die anderen auch erstmal zurückschicken hofermenter 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 können wir hier auch das hier mit abladen und fahren dann mit unserem Big X weiter sehr gut ja dann gucken wir nochmal auf den Kalender April ja Hanf hat sich nicht als nicht so ach so aha Senf ist auch also wird über dem Winter dann mhm das ist ja nicht schlecht so und Weizen und Gerste können wir im Juli ernten und im Juli können wir auch wieder Gras ernten also der nächste große Arbeitsmonat ist dann wieder der Juli oh ja aber wir bräuchten eigentlich einen größeren Drescher aber wir bräuchten auch eine Biogasanlage das ist alles nicht möglich was kostet die kleinste Biogasanlage die war doch auch so super teuer das zählt zählt als Fabrik 400.000 für 100 Megawatt ist halt oh ja mehrfacher 360 ich weiß halt ich kann halt nicht einschätzen wie viel wie viel ist wie viel ist 100 Megawatt ich meine wir könnten die über Fabrik Dingsbums könnten wir die ja über dieses Fabrik Addon hoch bringen auf ne also auf ne Gigawatt aber das die andere ist halt ne Gigawatt von sich aus das macht da jetzt irgendwie keinen Sinn oder kostet nur das zweieinhalbfache ja wir müssen einfach wann verkaufen wir nochmal unsere Kranbeeren im Juli auch mhm ok ja aber wir sind im Besitz von 162 tausend Euro an Hackschnitzeln im Moment ist nur die Hälfte wert aber im Januar ist richtig was wert so und ähm Filage 300.000 sind dann 100 ja Wahnsinn und wir haben noch 1,5 Millionen Gras ach scheiße dass wir da ja auch alles weg schaffen ne oh 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 na gut gehen wir nochmal durch du bist fertig dann können wir das mal abhängen aber hoffentlich genug mit der Brux gemacht für die nächste Zeit ok 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 so gut dann habt ihr nach das nein dann habe ich euch erst mal einen kleinen überblick gegeben über das was quasi zwischen der letzten folge dieser passiert ist und ich werde jetzt ach wir haben ja noch platz stelle ich irgendwo irgendwo unter wo es nicht regnet ich werde jetzt einfach den noch zu ende striegeln lassen und wenn ich den habe zu ende striegeln lassen können wir in der nächsten folge dann direkt in den mai gehen kümmern uns um alles das was so im mai erledigt werden muss ein bisschen um die tiere ein bisschen um um die fabriken und die industrie und dann geht es schon fast wieder auf den nächsten könnten natürlich immer noch mal gucken aber der glas hilft uns nicht vielleicht wäre mal irgend so ein anderer richtig geiler drescher im angebot also für 200.000 300.000 oder so im juli uns den großen drescher holen können hier einer der so ein schneidwerk hier neun meter ist es nicht mal besonders groß aber okay also der ist eben nämlich auch gleich fertig wir machen das so vielen lieben dank fürs zuschauen in der nächsten folge geht es in den nächsten monat bis morgen macht's gut bis dann tschüss ein